Wenn du in der Schule in ein Badezimmer gehst, dann sag leise Hanako-san, möchtest du spielen? Sag das dreimal hintereinander und du wirst die gruselige Stimme eines kleinen Mädchens hören, das Ja zu dir sagt. Gänsehaut wird deinen Körper überziehen in dem Moment, wo du diese Stimme hörst. Wenn du dann die Tür zu einer der Kabinen öffnest, wirst du ein japanisches Mädchen in einem roten Rock sehen, mit einem entstellten Gesicht. Sie wird dort auf dich warten, denn immerhin hast du sie gefragt, ob sie spielen will. Doch was passiert danach? Das weiß keiner so genau. Was geht ab, meine gruseligen Nachtfüchse? Schön, dass ihr wieder da seid, Freunde. Heute geht es um eine urbane Legende. Eine ganz besondere urbane Legende, denn es geht um Hanako-san. Was sind denn urbane Legenden eigentlich? Urbane Legenden könnt ihr als moderne Mythen ansehen oder auch sogenannte Großstadtlegenden. Ich habe in so einem alten Video von mir Hanako-san schon mal kurz erwähnt, aber heute gehe ich mal richtig auf die alte ein. Machen wir erstmal eine Reise ins ferne Japan. Diese Legende ist eine der bekanntesten modernen Geistergeschichten Japans. Besonders unter Kindern ist sie beliebt und gefürchtet. Die Legende von Hanako-san. Hanako-san oder auch Teure no Hanako-san, das für Hanako von der Toilette steht, ist ein bekannter japanischer Klogeist. Teure ist japanisch für Toilette. Sowas wie Toilette, Teure. Da gibt es viele japanische Wörter, die sehr englisch klingen, die haben da sehr, sehr viel übernommen. Sie zählt zu den Yokai und wird häufig als Onryo bezeichnet. Einige von euch werden diese Begriffe nicht kennen, ich erkläre sie euch kurz. Yokai sind Figuren des japanischen Volksglaubens und diese werden mit Dämonen verglichen. Viele Yokai vermeiden den Kontakt mit Menschen und leben weit abgeschnitten von der Zivilisation. Andere wiederum leben in der Nähe von Menschen, weil sie von uns oder der Wärme von Häusern angezogen werden. Der Onryo gilt als rachsüchtigen Geist und ist bösartig. Onryo werden als die Seelenverstorbener beschrieben, die einem besonders langsamen und qualvollen Tod starben. Das Gefühl der Ungerechtigkeit und der daraus entstehende Drang nach Rache ist im Augenblick des Todes so stark, dass der Geist in dieser Spirale des Zorns und der Ruhelosigkeit gefangen ist und nichts ins Jenseits übergehen kann. Bei Hanako-san haben wir es entweder mit einem Dämon oder mit einem rachsüchtigen Geist zu tun. Doch was geschah mit ihr, dass sie keine Ruhe findet? Hanako-san soll ein junges japanisches Mädchen gewesen sein, das einen Pagenschnitt als Frisur trägt. Oder auch Bob genannt. Neben einem roten Rock, den sie in fast jeder Geschichte tragen soll, wird außerdem häufig erwähnt, dass ihrer Kleidung einer älteren japanischen Schuluniform gleiche. In den Geschichten heißt es, Hanako-san war zu Lebzeiten eine Schülerin, die in einer Mädchentoilette einer Grundschule umgekommen sei. Hierzu gibt es verschiedene Theorien, wie sie gestorben ist, wie es dazu kam, dass sie in der Toilette starb. Manche behaupten, sie war eine Außenseiterin und wurde ständig von ihren Mitschülern gemobbt und misshandelt, bis sie sich in einer Mädchentoilette das Leben nahm. Dann gibt es noch eine Geschichte, dass sie von einem Lehrer umgebracht wurde. Und wieder andere behaupten, sie habe sich während dem Zweiten Weltkriegs in der Toilettenkabine versteckt, als die Schule von einem Bombenabwurf zerstört wurde. Die ersten Geschichten und Legenden über Hanako-san waren 1950. Seitdem wurde die urbane Legende in Japan immer weiter verbreitet, bis sie seit den 1970ern Jahren sogar in Filmen sowie Anime und Manga adaptiert wurde. Und dadurch hat sie natürlich immer mehr Bekanntheit bekommen. Dadurch, dass es so viele Storys über sie gibt und sie soweit verbreitet ist, kann man den Ursprung, also die erste Story, wie das wirklich mit ihr war, also diese Ursprungslegende lässt sich nicht genau erklären. Die Legende wird außerdem dafür benutzt, um Schülern zu sagen, dass sie nicht allein auf Toilette gehen sollen und um gute Noten zu schreiben, damit Hanako die nicht aufsucht. Wer es glaubt. Hanako-san wird ausschließlich mit japanischen Grundschulen in Verbindung gebracht. Außerdem soll sie sich häufig in einer Mädchentoilette aufhalten. Hin und wieder wird aber behauptet, dass man sie auf dem Schulhof oder in einem der anderen Räume gesehen habe. Wenn ihr jetzt denkt, dass Hanako-san einfach so auf Toilette abchillt und auf euch wartet, nein, so ist das nicht, denn man muss sie, ähnlich wie Bloody Mary, beschwören, dass sie kommt. Es gibt verschiedene Versionen, wie diese Beschwörung ablaufen soll. Die bekannteste und am weiten verbreitetste Methode ist, dass man im dritten Stock einer Grundschule in die Mädchentoilette gehen müsse. Dort muss man zur dritten Kabine gehen und dreimal an die Tür klopfen. Hier gibt es noch zwei weitere Methoden, wie das dann abläuft. Also entweder du fragst sie dann dreimal, ob sie da sei oder du fragst sie, ob sie mit dir spielen möchte. Wenn sie dann Hai antwortet, also Ja auf Japanisch, dann habt ihr den Geist erfolgreich beschworen. Auch da gibt es verschiedene Variationen, wie sie dann erscheint und dass sie dann einfach nur Hai sagt oder Ja, ich bin da, ist ja noch eine harmlose Variante. Aber dann gibt es noch die Möglichkeit, dass einfach eine blutige Hand aus der Toilette kommt. Und damit wisst ihr auch, dass ihr sie beschworen habt. Ab hier weiß keiner genau, was passiert, wenn Hanako-san erscheint. Einige sagen, sie würde euch instant umbringen, die andere sagen, Tore zur Hölle öffnen sich und sie zerrt euch mit runter. Es gibt jedoch auch Versionen, in denen Hanako-san ihre Opfer verschont, zum Beispiel, wenn es sich um eine gute Schülerin handelt oder man nicht alleine ist. Aber selbst wenn sie versuchen sollte, jemanden umzubringen, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. So soll es unter anderem Geschichten von Leuten geben, die Hanako-san entkommen konnten. In bestimmten Regionen Japans läuft das Ganze nochmal komplett anders ab. Und zwar ist Hanako-san eine Riesenechse, die nur auftaucht, wenn ihr auf Toilette zu laut seid. Also wenn ihr euer Geschäft macht und dabei irgendwie zu laut seid. Also dürft halt nicht zu viele Bohnen essen, damit sie nicht kommt. Ja, sie lockt euch anscheinend zu sich, indem sie Stimmen von einem jungen, kleinen Mädchen macht. Und in der Regel wollt ihr dann irgendwie helfen. Und dann ist da so eine Riesenechse, die euch auffrisst. Die Version finde ich nicht so appetitlich. In der Stadt Yokohama wird Hanako-san durch Yosuke ersetzt. Dieser Junge ruft einen aus der Toilette zu. Und wenn man nicht innerhalb drei Sekunden flieht, wird man von diesem Geisterjungen gefressen. Es gibt übrigens noch einen Toilettengeist namens Akamanto. Es kann sein, wenn du auf Toilette sitzt, dass dich dann eine Stimme fragt, ob du lieber rotes oder blaues Toilettenpapier möchtest. Wählst du rotes Toilettenpapier, wird er dich in Stücke schneiden. Willst du blaues Papier, wirst du keine Luft mehr bekommen, bis dein Gesicht blau anläuft. Entscheidest du dich dazu, eine andere Frage zu antworten, irgendwie den zu pranken oder so, dann landest du in der Hölle. Nur wenn du sagst, nein, vielen Dank, ich benötige kein Toilettenpapier, rettet das dein Leben. Also dein Arsch ist am Arsch und du selber bist auch am Arsch. Tja Freunde, soviel zu Hanako-san und zu Akamanto. Wenn ihr mehr so japanische urbane Legenden haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder generell schauen wir mal, wie das Video bei euch ankommt. Japan ist sehr bekannt für Geistermythologien und ich finde Japan an sich auch geil. Die haben so viele geile Themen im Gruselbereich. Deswegen Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie es ankommt. Mal gucken, wie es ankommt. Ich habe auf jeden Fall Bock, noch eine Runde zu machen. Ansonsten Freunde, danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Ich grüße euch. Mua. Ich grüße euch.